hallo so leute und ich habe vergessen die regeln zu bestätigen deswegen heute mit dabei butschen nico fb hallo und wir hatten noch bisher noch nicht seit wir zusammen spielen die große die welt auch keine haben ich dann wird noch gar nicht joshis pistel irgendwie gespielt nein nicht joshis piste musste das joshis piste wie joshi aussieht hast du gewusst dass du bei mario kart auch baby park spielen kannst ja geil aber wo kommt baby park eigentlich her das ist ein freizeitpark aber kam es von sunshine auf welchem teil her sunshine hat auf jeden fall ein baby park aber es ist halt ein park aber ich glaube der baby der kommt auf jeden fall aus dem gamecube teil da gab es das erste mal ja da habe ich damals noch versucht den highscore den entwicklerrekord zu knacken und geschafft aber das war hart da musstest du auf jeder du musst es jede runde vier mal driften um den zu kriegen das war schon hart zum glück ist das euer ernst wie viele roter habt ihr denn noch da fängt ja gut an hier er ist auf jeden fall ist auf jeden fall gamecube also double dash teil und war damals halt richtig chaos weil da gab es die großen schildkrötenpanzer von bowser baby bowser und da war hier alles überfüllt an items und dann was halt komplett auf den sack gekriegt oh ich bin gerade in der todett und jetzt muss er den puffer über den rest der folge strecken ich werde jetzt 30 punkte holen leute 30 so immer für die abkürzung gehen habe ich gehört der rote der schon so heiß der läuft förmlich rot an wenn er dich sieht verständlich ja ja wie könnte denn jetzt schon abkürzung fahren du kannst du kannst du kannst du kannst ja ohne pilz kannst du dir auch nehmen ja nicht richtig driften ja das habe ich da gerade nicht so mann und neaaain sorry baguette baguette sorry baguette baguette oui 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 baguette palle vous pomfries pomme 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 warte ach nein warte mal ich habe ein geiles item leute ey baguette hol mich mal bitte ein jetzt erlaub ich es dir komm mal bitte komm ich erlaub es dir nein du musst schon stehen bleiben dazu ja ok warte hier komm hol mich mal ein also hat der drei rote hinter mir nein nein oh na nein was habt ihr denn oh ich habe irgendwas erwischt ich glaube den ersten platzierten habe ich gerade erwischt oh oh nein ich überhole den gerade einmal und spot eine blaue das geht ja so gut und nico hat halt immer pilz um um die scheißabtürzung zu kommen ey aber das bleibt auch skill ja skill schmillen das spiel mag mich ja einfach verständlich aber ach man die strecke sieht mir zu joshi oft aus Ich mag auch Yoshi, ja. Yoshi ist süß. Ja. Jetzt kann man auch falsch verstehen. Ich meine Yoshi, den Charakter aus Mario. Das tat schon so. Hast du schon sehr geschmeichelt gefühlt, ne? Ja. Ach, herrje. Nein, den aus Mario. Scheiße, ich glaube, mein sechster Killstreak, der wich ja nix. Klammern. Was hatten wir denn heute noch nicht? Sagen wir mal so, was hatten wir heute noch nicht, was gut ist? Ticke Dacke. Nein. Ticke Dacke. Ticke Dacke ist neuerst. Ticke Dacke, okay. Ticke Dacke ist verlustet. Aber es wird Kätzeland. Ja, die Fußstrecke. Ey, Kätze. Was? Die Fußstrecke. Käse Füße. Ja, Käse. Käse. Habt ihr noch niemals so Gedanken gehabt, so Parmesan aus Horn zu machen? Das ist geil. Das ist wieder der Fußfetischist. Alter. Alter, hier. Aber nur von den Zehen, ne? Ja, ja, ja. Für gleich. Nein, du Scheißwand. Ich haste dich. Ach so, das ist ein Rund. WTF? Wieso schießt du denn mit der Rund auf mich? Die Rote ist losgeflogen, auf mich zu und dann so, ah nee, der ist ja gar nicht der, der vor dir war. Das ist der Falsche, ne? Das ist der Falsche. Ich dachte, es wäre ein Pilz gewesen. Und ich dachte, warte schön. Wollte die Brüder aufsetzen. Ja, hab ich auch. Lass dir die Brüder auf den, lass dir die nicht stehen. Mist. Scheiß. Nein, ernst? Das ist ja Gamerblindheit gerade, ey. Oh, schon wieder eine Rote. Oh. Nein, der Chainshompatze auf mich, abgesehen. Ja. Du bist halt zum Anbeißen. Haha. Ja, schau. Kleine und rosa und süß. Oh. Ich soll die ganzen Banden lang. Nico. Oh. 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 Ich halte mich nur mit der Banden auf. Jetzt hatte ich gerade so ein Bild wie in so einem Anime vor mir. Oh, guck mal. Nico, botschen. Nico, botschen. Jo. Nein. Nein. Kannst du mal auf mit der Dumpen? Nein. Das war so mein Niko. Alter, noch eine. Jetzt kommen Kugeln, wenn ich die Kurven in die fahren kann. Wie er sich freut, ey. Ich bin eine dicke Kugel. Ich freue mich. Ich bin ein Drift-Mechanismus. Kann ich die Strecke, kann ich nicht machen. Hast du mich nicht ausgewählt? Ja. Ich kann die Strecke nicht. Oh, herrlich. Oh. Oh, jetzt er mit dem Stern. Oh. Was macht der noch? Oh Gott. 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 Ich kann die Strecke nicht. Oh Gott. Oh Gott. Ich war nur an der Band am Pfad, ey. Es hätte nicht mal den Unterschied gemacht, ob du 200 oder 50 CCM gespielt hast. Das Wasser, du als Kugel will ja unterwegs. Oh Gott. 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 Und Toads arbeiten in Uhren. Oh Gott. Und Toads arbeiten hier drin. Wenn du hier zu spät kommst, dann hast du auch einen Lattenschuss, ey. Nein! Oh mein Gott, die Grüne! Oh mein Gott, die Grüne! Die hab ich doch auf den Boden geschmissen, Grüne. Auf den Boden! Einfach so rausfallen lassen an der Seite! Einfach so straight aggressiv auf den Boden. Boah, da bin ich grad von Ployle da gefahren. Ne, was für ein Ding von... Wie heißt das Ding nochmal? Was willst du? Eine Uhr. Du! Pendel, Pendel! Nein, ich bin runtergefallen! Ah, Pendel, die Pompom. Pendel, ja. Ach der, der macht doch Wurz, oder? Oh, oh, ich kann die Wurz nicht abfallen, weil hinter mir ist eins. Oh, Spaß! Nein! Oh Gott! Ja, sehr schön. Oh, sehr schön, ich bin schlecht. I am so bad in my head. Ich bin auch im Bett. In meinem Kopf bin ich auch im Bett. Nee! Die Bombe! Die Bombe! Ja, die Bombe! Oh, die hat mich... Oh, zum Glück hat sie dich. Oh, ah, ah! Danke. Ich bin runtergefallen. Oh, 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 oh! Die Uhr ist gut! Die Uhrzeit ist gut! Die ist gut! Gut! oder so oder so gewonnen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ach Mensch. So, jetzt auch. Machen wir das Piste. Ich nehme das tierische Kreuzen. Ich auch. Geil. Ach nee. Oh, Zelda. Jetzt haben wir jedes Nintendo-Show. Wusstet ihr, dass Zelda nicht link ist? Hä? Zelda ist doch die Grüne, oder? Mit dem Hut. Ja, genau. Das ist Zelda. Oh mein Gott, nein. Da sage ich jetzt echt zu. Ich habe tatsächlich früher gedacht, wisst ihr? Ich auch. Wisst ihr, wie es mich verwirrt hat? Da war ich so neun oder so, wenn man sich ein Video anguckt auf YouTube, ne? Und dann sagen die, da ist ein Link in der Infobox. Ja, ach so. Wisst ihr, wie es mich verwirrt hat? Da ist aber gar kein Elfen, Junge. Ja, genau. Ah, geil. Das stimmt. Da habe ich ja gesagt, Zelda ist nicht link. Da hättest du ganz doof geguckt, wenn auf einmal so ein Schwerter aus den Kommentaren rauskommen zu. Oh, die Banane. Oh, die Kumpass. Oh, das war knapp. Ich muss das sein. Es gibt Punkte. Erfahrungspunkte. Okay, Streak. Ja. Oh, die Bombe. Oh, die Bombe. La Bomba. Der hat immer ein Beru, ne? Immer. Nee. Immer. Und wenn du von mir bist. Oh, das war die falsche Kurve. Das bin ich immer vor dir und jetzt fährt er auf, natürlich. Ah, jetzt ist Josh der Erste und das gibt es doch nicht. Josh. Ja? Ich überrasche dich, okay? Okay, dann überrasch mich mal. Ich überrasche ihn. Hier. Ja, geil. Jetzt mal eine andere Sache. Wusstet ihr, dass wenn man den Tintenfisch hat, dass Driften sich länger zieht? Ja. Ja. Also die Steuerung verändert sich in dem Spiel. Ja. Das wusste ich nicht. Ich wusste nur, dass du den wegkriegst durch einen Boost. Und sobald du das weißt, wirst du nie wieder klarkommen auf deinen Drift. Das ist der Punkt. Das wusste ich jetzt echt nicht. Okay. Hm. Man kriegt die auch weg durch die Pflanze. Ist ja auch ein Boost. Ist ja auch ein Mini-Boost. Ja, die ist denn dann einfach. Nee, ich bin wieder Vierter. Es gibt sich jetzt, jetzt hole ich jetzt, jetzt bin ich, nee. Zur FBA, ne? Jetzt Zweiter werden oder Erster? Ja. Jetzt Zweiter werden. Nee, Erster muss er werden. Die Krankenordnung muss reingehalten werden. Sonst bist du noch neben Treppchen. Ja, neben Treppen ist auch okay. Wutsch ein Letzter, du Erster, ne? Ich bin da hier nur wegen dem Spaß. Hauptsache dabei. Mhm, dabei ist alles. Dabei ist alles. Josh hat gesagt, ich habe Gewinnchancen hier bei in deinem... Hast du denn gedacht? Nee, Josh hat mir gesagt, hat mich extra so gelockt, ey Buttschen, bei mir kannst du gewinnen. Das war eine Lücke. Gute Laune kannst du gewinnen. Okay, na gut, hast recht. Puh, gerettet. Hast du gute Laune? Das freut mich. Hast du auch gute Laune? Nee. Nee. Kört man doch. Boah, die Toads. Ja, äh, die an der Wand stehen. Hast du gewusst, dass rechts Schalker es stehen? Weiß ich nicht, ich sehe... Geil, jao! Schalker! Wusstet ihr, dass wir gerade einen Baum hochfahren? Okay. Da stehen Schalker? Da wusste ich auch noch nicht, ey. Wo ist gleich, dass hier Fußball hier von Nintendo... Schalk! Ich war, ich war gerade bei Minecraft wegen... Schalker-Kiste! Ja! Wow! Deswegen haben wir auch Levitation und können den Baum hochfahren, weißt du? Weil wir nach Schalker an der Seite sind. Es gibt hier Schalker! Äh, 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 blauer Yoshi! Blau und weiß! Tschüss! Hi! Nee, die Map ist doch von Ori in the Blind Forest. Wer? Ich habe gehört, die ist aus Metroid. Echt? Ja? Du Scheiße, was mache ich hier? Oh mein Gott. Ernsthaft, Metroid war doch das mit Mario, oder? Ja, nee, das war das mit dem Schwert. Ach so! Ja, Fire Emblem. Ja, Fire Emblem, okay. Ja, genau! Oh Gott! Auch ein Spiel, was ich noch nie gespielt habe. Also kein Teil. Schöne Bombe, einsam. Ähm, Stern geht der Butschnie an mir vorbei. Wer hat wieder ein Buch von euch gehört? Ach komm! Ist das dein Ernst? Ja! Nimm ne Hode! Der nächste! Ist es wirklich schon so spät? Oh! Da grüßt der ein! Warte mal! Ich bin Erster! Ich bin Erster! Geh weg! Nein! Boah, der hat schon wieder ein Buch, oder was? Ja? Es ist relativ eng, glaube ich gerade. Ja! Ich krieg einen Pinz! Banane! Wieso beide? Ja, weiß ich nicht! Ja! Nein, jedoch heim! Ich bin auch dagegen gefallen! Bäm Alter! Wackel! Wir haben Plätze getauscht! Brrrrr! Oh, nach vorne putzy! Ah! Ah! War letztes Rennen, oder? Ein Bananer hat uns beide erwischt! Das verstehe ich auch nicht! Das gute desync-Card! Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen dieser Folge! Schau bei dir einen vorbei! Bis zum nächsten Mal! Ciao, ciao! Tschüss! Tschüss, tschau tschau